Kanal hatten wir heute noch gar nicht, aber wir hatten dafür schon ein paar Karten doppelt. Und damit Hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir hatten aber alle schnell ausgewählt. Ich mache die Lücke bei uns zu, die in der Küche lasse ich auch hin. A und B Lücke zu. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Böses Auge an ihr setzen. Der Gegner hat alles nicht lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Mh, die haben die Schaktronne. Die haben Bug. Zwitschern, Marek. Mein Böses Auge knüpft sich erpasst Ranzos vor. Ich lande da! Feuerschutz! Fahrräder, Fahrrad. Fahrräder, Fahrrad. Fahrräder, Fahrrad. Nock ist, äh, bei Spurzen. Mann. Hammermann vor meiner Tür. Oh, stark angeschossen. Hat mich. Fast tot, Hammermann. Ist jetzt rot markiert. Und da ist auch Nock mit drin. Gehen durch die Luke. Bist das Auge kaputt. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbreitert. Nur noch ein Gegner übrig. Ach, was macht ihr denn bitte, ey? Das kann doch nicht sein. Anstatt da wieder rein zu gehen in den Raum, ey. Ein Kämpfer des chuyskaalisten. Dann gibt's Milch. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bomben schützen. Die Gegner haben eine Bombe so kalibiert. Verteidigung entsprechend planen. Die haben wieder eine Schockdrohne. Die haben noch einen Twitch und den Bug. Die Bomben schützt. 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 Was macht ihr denn da? Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Das wird mit 2 bis 3. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Die Bomben schützt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir müssen eine Bombe lokalisieren. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Achtung! Explosion! Oh, why? Idiot. Stupid shit, man. Lade nach! Brauche Deckung! Nachladen! Entschärfer muss zurück. Lade nach! Die Bombe wurde lokalisiert. Der ist auch noch drinnen. Lade nach! Luis Magazin! Munition ist leer! Entschärfer ist jetzt gesichert. Lade Magazin nach! Adrenalinschub unterwegs! Hast du eine Ahnung, wo er ist? Bei dir? Er ist hier auf der Treppe. Hier auf der Treppe. Okay. Bums! 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 W масchen! Bums! R motive. diesenù. Bums! Fohir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Granate. Ein Gegner verbleibt. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Zehn Sekunden übrig. Es bleiben noch fünf Sekunden. Seid Limit erreicht. Ich hätte nicht mal versucht zu entschärfen. Ich habe mir schon gedacht, als die letzten drei unterwegs waren, beim ersten Tod, warum ist es nicht echt geworden? Die hatte so wenig Leben. Die hat es bis zum Ende geschafft. Aber das Entschärfen hat sie nicht geschafft. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.